Servus Leute und willkommen zurück zu Sim... äh, SimCity, genau, City's XL 2012. Ja, äh, fast die Folge heute ziemlich spät, kommt, tut mir leid, ich bin gerade erst nach Hause gekommen und muss jetzt erst aufnehmen und rendern. Dürfte sich also ein bisschen verzögern. Tut mir echt leid, kann ich aber gerade nichts für, ich hab einfach keine Zeit mehr gehabt, vorher aufzunehmen, deswegen ist das ein bisschen suboptimal gerade. Ähm, was ich jetzt mal machen möchte, ist erstens, kurz an der Autobahn was ausbessern. Denn, ich, äh, in den Kommentaren habt ihr mir geschrieben, dass das Teil hier ja nicht funktioniert, das stimmt, da habt ihr recht. Denn, Moment, ich kann es euch ja mal zeigen, äh, wie ich es jetzt gerade finde, sollte nicht allzu lange dauern, also nicht, dass ihr mir wieder davonlauft. Dieses Teil hier sorgt nur dafür, dass das, das kann man quasi nur in eine Richtung benutzen, das heißt, die Autos, die von hier auf die Autobahn auffahren wollen, können da nicht drüber. Ja, deswegen müssen wir da schon, gibt es da irgendein Teil, das wir dann nutzen können, oder ist das hier jetzt, oder geht das nicht? Ja, dann müssen wir das anders machen, ne? Das Blöde ist, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Was ist das eigentlich? Ach ja, die Autobahn, genau, das hatte ich ja schon mal probiert, letzte Folge, aber ich hab schon wieder vergessen. Das bringt mir natürlich nicht sonderlich viel, ich bräuchte so ein Teil nur vierspurig, aber das gibt es hier scheinbar nicht. Keine Arbeit für qualifizierte Arbeiter, das ist mir auch daraus bewusst. Hm. Wie kriege ich die Autobahn da jetzt angebunden? Ich weiß es nicht. Das ist auch das Stückchen of Doom hier, sozusagen. Dieses Teil, das glaube ich geht von der Schnellstraße in eine Autobahn über, aber das ist die Autobahn, die vom Spiel implementiert wurde und die, naja, die lasse ich lieber mal. Die lasse ich hier in ihrem Grab ruhen, da tue ich hier keinen Gefallen, wenn ich die ausgrabe, glaube ich. Das kann ich auch nicht nehmen, weil das nicht funktioniert. Wie mache ich denn das jetzt? Erstmal brauche ich so oder so, führe keinen Weg dran vorbei, ein Stückchen gerade, äh, vierspurige Autobahn. Äh, okay. Huch. Alter. Ja, das bringt mir aber nichts, weil ich das nicht so einstellen kann. Naja, dann müssen wir das irgendwie anders machen. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Das können wir auch so nicht nutzen. Wie mache ich denn das jetzt? Huch. Äh, das ist jetzt ein bisschen schwierig gerade. Ich könnte es in der Theorie... Äh, Moment. Da müsste ich jetzt aber kurz umbauen. Das ist ja eine große Allee, ne? Ist das eine elegante große Allee? Ne, das ist eine kleine Allee, Entschuldigung. Keine große. Ähm. Moment. Vielleicht sieht der eine oder andere, was ich vorhabe. Ich hoffe mal. Und jetzt... Moment, da brauche ich ja die Straße dann gar nicht. Da kann ich ja das dann direkt gerade hier... Bitte so. Danke. Mache ich das einfach so, wie bei der anderen gerade... Ach so. Das ist ja doppelspurig. Wenn ich das so mache, was passiert dann? Dann fügt sich das besser an. Ja, das machen wir so. Das ist besser so. Dann muss ich das hier nur wieder genauso gerade hinbekommen. Das war dumm. Moment. Moment. Ich habe schon wieder verdammten Heuschnupfen. Ah. Ich hasse das. Kennt ihr? Habt ihr auch Heuschnupfen? Kennt ihr das? Ich hatte als Kind und auch große Teile als Jugendlicher keinerlei Allergien oder sowas. Das kam jetzt alles erst die letzten Jahre. Und das ist echt... Ah, das ist grausam. Dann machen wir das hier so. Dann kann man hier auffahren und hier kann man dann auf die direkte Allee überfahren. Das passt schon. Da kann man die Allee überfahren. Genau. Die arme Allee wird immer nur überfahren. Das Blöde ist, ich kann jetzt keine Straße mehr wegbauen. Hier würde es gehen, aber das sieht ein bisschen seltsam aus, oder? Ja. Kann man hier vielleicht eine Schnellstraße irgendwo durchziehen? Nee, das geht aber hier wegen der Kreuzung nicht, ne? Nee, das ist schade, dass das hier nicht geht. Das wäre cool. Aber das geht leider so nicht. Schade. Naja. Muss ich wohl oder übel... Ich könnte das natürlich ganz anders weiterfinden, indem ich das einfach so mache. Äh, wo... Die grasbewachsenen Straßen gab es hier nicht, ne? Ich könnte natürlich auch das so weiterführen, aber das ist nicht wirklich sehr schön hier. Two-Lane-Highway. Moment, ich bin gleich fertig. Keine Angst. Wenn hier irgendwas kurz Nase hochziehen oder sowas, tut mir leid, aber... Wie gesagt, Heuschnupfen. Ach ja, da ist die grasbewachsene Straße. Die habe ich gesucht. Denn das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir machen einfach eine manuelle Allee draus. Ach, das geht vom Platz her nicht. Da muss ich doch die normalen nehmen. Okay. Gut zu wissen. Danke, Spiel, dass du mich darauf hinweist. Machen wir die erstmal gerade und dann füge ich die hier... Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das hier mache. Es dürfte ich an sich nicht direkt hier anbinden, aber ich muss es hier anbinden. Außer, ich mache natürlich... Moment. Ich weiß nicht, wie ich das mache gerade. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Hier kann man ran und dann müsste ich hier daneben ran. Erstmal möglichst parallel. Ach Gott, ich glaube, ich muss mich gleich mal schneiden. Muss ich dann rausschneiden. Moment. Ach Gott. Das ist ja grausam. Ich bin mit, leide gerade alle Allergiker. Moment kurz. Bin kurz mal weg. Beziehungsweise holen wir jetzt erstmal kurz ein Taschentuch und dann schneide ich das dann noch raus. Moment. 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 So. Tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen rumschneuzen muss. Ich muss mir das nur kurz mal aufschreiben. Wann ich das jetzt getan habe, dass ich das dann auch nicht vergesse rauszuschneiden. Sonst hört mich hier komplett alles zu rotzen. Das will ja auch keiner, glaube ich. Jetzt mache ich hier mal eine One-Way-Parking-Road. Nein, nicht ganz. Einbahn umgekehrt. Warum auch immer das Einbahn heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte aber gerne eine normale einsprayige Straße und zwar in die genau entgegengesetzte Richtung. Danke sehr. Okay. Dann haben wir hier eine kleine Allee gebaut. Selber. Die jetzt hier durchführt. Das ist an sich auch ganz nett. Kann man machen. Sieht auch ganz nett aus, dass Abwechslung da drin einmal. Kann man, wie gesagt, immer mal machen, sowas. Jetzt schaue ich nur, ob ich hier vielleicht ein paar Palmen noch reinbekomme. Das ist einfach das Deko. Moment. Moment, Moment. Ich habe es heute mit Moment, ne? Merkt man vielleicht. Merkt man vielleicht. Natürlich das abreißen und dann hier die Abfahrt an diese Straße bauen. Das wäre, glaube ich, die klügere Idee. Warum ist das hier eigentlich so komisch? Ich lasse das jetzt mal lieber. Entschuldigung wegen Gerotze. Also wie gesagt, Allergie und so. Ich lasse das jetzt mal so, dass das hier waagerecht ist. Und dann mache ich das mal so. Ich weiß, wir sind schon wieder im Auto beim Bauen, aber nur indirekt. Wir bauen ja auch Straßen. Man kann ja nicht immer irgendwelche komischen chinesischen Wohnviertel bauen, ne? Geht auch nicht immer. Ich weiß, ihr wünscht euch das, aber ich kann es nicht immer tun. So. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich das baue. Das ist nämlich jetzt nicht so einfach. Aber ich muss da früher weg, ne? Und das Problem ist, das ist wirklich nicht so einfach. Weil ich hier jetzt irgendwie hoch müsste. Vielleicht kann ich hier an die Straße ran und hier einfach runter. Dann muss ich aber sehr viel früher aufhören mit der Straße. Moment. Wir können sie theoretisch auch noch weiterziehen. Aber dann habt ihr auch schon geschrieben, wenn ich das jetzt weiterziehe, dann sieht das vielleicht so ein bisschen aus, wie wenn die ganze Stadt von der Autobahn umringt wäre. Oder von einem Graben. Das will man ja auch nicht direkt. Deswegen lasse ich das mal lieber. Und ich muss noch weiter vorher weg, weil ich gerade nicht berechnet habe, dass ja auch noch die, äh, diese Verbindungsteile dahin müssen. Diese Verbindungsstückchen. Alter, diese Nase bringt mich gerade um. Hilfe. Kann die mal alleine für mich erschlagen, bitte? Ach, na toll. Terrar zu nehmen. Ja, ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es. Dann wollen wir das Terrar mal ebnen. Ich hoffe, das reicht, aber ich fürchte nicht. Na doch, reicht. Wundere mich jetzt ein bisschen. Aber ich beschwere mich mal nicht. Ach Gott, ich muss mich gleich schon wieder schnäuzen. WTF? Nase, pliss. Moment. Das geht so gerade überhaupt nicht klar. Alter. 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 Ich muss mich jetzt mal drauf machen. So, alter. Schlimm. Moment. Ich muss mich das mal aufschreiben. Sorry, dass sich das echt so verzögert, aber ich weiß auch nicht, auf was ich da gerade so allergisch reagiere. Ich habe angeht, es ist nicht eine Gräserallergie. Ich weiß aber nicht, ob das die gerade sind. Ich nehme da mal andere Teile. Ich nehme da lieber mal diese da. Moment, das ist ja eine dreispurige Autobahn. Da macht das ja keinen Sinn. Hätte ich sie doch lassen können. Naja. Sinnlose Sachen bauen kann ich ja ganz gut. Die Frage ist nur, wie mache ich das jetzt? Hm, ich weiß es nicht. Ich kann jetzt an sich... Das ist jetzt doof, ne? Ich muss es eigentlich gar nicht so machen, ne? Was mache ich gerade eigentlich? Moment. Let's think. Wir müssen ja eigentlich keine Ausfahrt bauen. Wir müssen ja nur eine Auffahrt in dem Sinne bauen. Sollte jetzt also eigentlich gar nicht so einfach sein. Äh, gar nicht so schwer sein. Das Problem ist nur, ich weiß gar nicht, wie ich die bauen soll. Ich habe gerade keinerlei Vorstellungen davon. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn wir das so bauen, sieht das auch kacke aus, oder? Geht nicht mal, okay. Ja, dann hat sie das erledigt. Wie mache ich denn das jetzt? Das ist jetzt ziemlich dämlich. Ich müsste es irgendwie... Das ist jetzt auch blöd, weil das sich wieder hier so komisch verbindet. Ah Gott, Spiel. Plus. Ich habe hier gemacht das so, dass ich das... Ich mache ich das jetzt ernsthaft mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das machen soll. Außer so, wie ich es gerade hatte. Ich mache das jetzt erstmal so, dass ich diese hier zusammenfüge, die Straßen. Auf zwei Spuren. Dann tue ich mich vielleicht ein bisschen mit der Anbindung leichter. Hoffe ich jetzt mal in meinem Jugendlichen leicht sind. Wenn ich jetzt hier... Vielleicht sollte man auch die richtigen Teile nehmen. Alter, diese Nase bringt mich gerade um. Hilfe. Dann können wir in der Theorie... Wir können es schon so machen, dass wir hier eine Straße ran bauen, aber ich weiß nicht genau, was mir das bringen soll. Das ist nämlich jetzt auch nicht so einfach zu sagen. Ich meine, ich könnte es hier anbauen, aber wie soll ich denn da eine Ausfahrt bauen? Das ist nicht so einfach. Das kann ich nicht direkt machen, oder? Ja doch, könnte ich schon. Ich könnte sagen, hier so ab. Und dann hier drauf. Auf die Autobahn. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich das... Ich bin gerade ein bisschen ideenlos, muss ich zugeben. Man könnte es so machen, dass wir hier quasi so rauf führt die Autobahn. Dass man hier so ein bisschen rumführt und dann hier so als... So könnte man es machen, aber... Besser geht es nicht. Besser kann ich es beim besten Willen nicht machen. Jetzt haben wir hier das Problem, dass das vermutlich jetzt nicht ganz passt, oder? Äh, nicht ganz. So, so vielleicht. Ob das jetzt besser aussieht als vorher, weiß ich aber nicht. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das viel besser aussieht jetzt, oder? Von mir ist das ja auch ziemlicher Schwachsinn, was ich da gebaut habe. Ich mache das mal... Anders. Ich weiß, ich werde mich jetzt hassen, weil ich schon wieder an der Autobahn rumfummel. Aber das ist nun mal echt... Ah, ich kann einfach nicht so anders. So. Ich würde diese Straße schon gern parallel bauen an sich. Danke, liebes Spiel. Machen wir jetzt erstmal kurz einen Cut dann auf jeden Fall. Was ich jetzt mal mache, ist hier schon mal die Grundstruktur bauen. Moment. Dann machen wir das hier anders. Wenn ihr eine Ausfahrt wollt, dann bekommt ihr eine Ausfahrt. So ist das ja nicht. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das irgendwie hinbekomme hier. Ohne, dass es lächerlich wirkt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. So, hier hinten muss jetzt... Ich weiß noch nicht genau, wo ich das rumführe. Vermutlich hier so rum, weil hier ist Platz. Äh, das brauche ich doch nicht. Das brauche ich hier. Mache ich das mal so, dass ich das hier so oben baue. Und dann mal schauen, ob das jetzt von der Straße her reicht. Das ist vielleicht ein bisschen arg enge Kurve, ne? Ich mein ja nur. Aber geht an sich auch. Kann man nehmen, zumindest mit Handbremse. Eigentlich sollte das jetzt auch keine abbiege Spur hier rüber haben, weil das ja eigentlich eine Einbahnstraße sein soll. Die dann genau in die andere Richtung führt. In die genau. Und die soll in die Richtung... Das Spiel mobbt mich meistens. Merkt da, oder? Ich meine, hier kann man ja problemlos runter. Das ist echt nicht das Ding. Ach ja, Moment. Da muss ich ja hier ran dann. So, wie war das jetzt wieder hier? Und das bitte andersrum. Ich sagte andersrum. Und bitte nicht an die andere Brücke anbinden. Das wäre ein bisschen seltsam. Ich glaube, ich mache das lieber so, dass ich hier die Straße schon mal hier hin baue. Aber sonst kann ich das hier gar nicht anbinden. Das geht ja auch nicht. Ist sie halt am Anfang noch zweispurig und wird dann erst dreispurig. Alter, Spiel! Plus, danke. So, hier muss auf jeden Fall dieses Teil ran. Ich sagte, das muss hier ran und nicht oben an die Brücke. Danke. Das war jetzt ziemlich doof, was ich gemacht habe. Was mache ich eigentlich gerade? Ich bin völlig chaotisch. Ich baue nächste Folge weiter. Tut mir leid. Man sieht sich morgen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017